Schätzte Stadt- und Gemeindräte, lieber Obmann, Herrenobmann, es ist mir eine Ehre, dass ich heute bei euch die Weitspende übernehmen darf. Wie ich vor zwei Jahren gefragt wurde, war es für mich selbstverständlich, dass ich es hier durchverwirkt. Vor euch ist auch leider ins Wasser gefallen, wie es heute ausschaut, voll jetzt fast da ins Wasser. Ich will hier und heute eine kleine Spende den Verschönerungsfreien übergeben, mit der Bitte, zwei Bänke am Schürerplatz, die ziemlich desolat sind, hier zu renovieren oder erneuern. Das ist mein Wunsch und das möchte ich dir, lieber Obmann, übergeben. Das ist kein Dankeschön. Das ist mein Wunsch und das ist mein Wunsch und das ist mein Wunsch. Das ist mein Wunsch und das ist mein Wunsch und das ist mein Wunsch und die Beine. Untertitelung des ZDF, 2020